Neuerung in der Book Factory Software 1.0.9 Was wunderbar jetzt in dieser Software gelöst wurde, ist, wenn ich auf ein Bild mit rechter Maustaste klicke, kann ich nun Bilder extern öffnen mit einem mir beliebigen Bildeditor. Sie sehen hier, ich habe Photoshop CC oder GIMP, eine Freeware. Ich kann jetzt aber auch ein eigenes Programm noch hinzufügen und dazu werde ich mal auf eigenes Programm hinzufügen klicken und ich gehe nun in Photoshop Elements. Wichtig, wenn Sie dieses Icon anwählen, dann öffnet sich das Fenster, wo Sie wählen können, Organizer oder den Photoshop Elements Editor. Aus diesem Grund müssen wir hier auf Support Files gehen und da das Programm, das eigentliche Programm Photoshop Elements auswählen. Ich sage öffnen und man kann jetzt erkennen, Photoshop Elements geht auf und ich könnte nun mein Bild hier anpassen, je nachdem, wie ich das gerne hätte. Ich mache das bewusst einmal ein bisschen dunkler. So könnte ich das Bild editieren und ganz einfach mit Speichern zurück in mein Fotobuch absichern. Was ganz wichtig ist, das eigentliche Bild wird nicht verändert, sondern das sind Korrekturen, welche in der Software hinterlegt sind. Also Sie können jederzeit wieder auf Ihr Originalbild zurückgreifen. Eine ganz schöne Neuerung in der aktuellen Version der Book Factory Software.